Okay, was ist der Satz der Woche? Dieses Mal ist der Satz der Woche In einem kleinen See schwimmen viele Fische. In einem kleinen See schwimmen viele Fische. Und diesmal haben wir keine Person. Wir haben keine Person, aber wir haben einen See, das Substantiv, und Fische, auch ein Substantiv. Es ist der See und der Fisch, aber hier ist es nicht Fisch, sondern die Fische. Also Plural. Wunderbar! Haben wir auch ein Verb? Natürlich. Das Verb heißt schwimmen. Schwimmen. Das Verb heißt schwimmen. Dann haben wir hier ein Zahlenwort. Viele. Wie viele? Also eine Zahl. It's not a specific number, but just any kind of general number word. Oh, und wir haben ein Adjektiv. Adjektiv. Hier, das hier ist das Adjektiv. Kleinen und das Adjektiv ist klein. Dann haben wir noch einen Artikel. Ein und ein kommt von der See, der See oder ein See. Und das hier ist eine Präposition. Präposition. In einem, das ist, weil es der See ist. In einem See. Und kleinen ist auch wegen dem Artikel, wegen der See. Gut, dann frage ich. Wer schwimmt? Wer schwimmt in einem kleinen See? Die Fische schwimmen in einem kleinen See. Aber vielleicht sind es nicht die Fische, Sondern die Enten. Die Enten. Die Ente. Und die Enten. Duck or ducks. Die Enten schwimmen aber nicht in dem See. Sie sind nicht im Wasser. Sie schwimmen auf dem See. So, ducks don't swim in the lake. They are basically swimming on top of the lake in German. Also, auf einem kleinen See schwimmen viele Enten. Nicht in, sondern auf. Nicht in, sondern auf. Und nicht Fische, sondern Enten. Dann frage ich. Wie viele? Wie viele Fische schwimmen in einem kleinen See? Viele. 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 Nein, es sind nicht viele. Es sind keine. In einem kleinen See schwimmen keine Fische. So, none. Es schwimmen keine Fische. So now, let's change up. So now, let's change up this noun. Nicht See. Which, be careful, it doesn't mean sea. It means lake. See. See. Der See. Es ist kein See, sondern ein Teich. Teich. Which is a small lake. In einem kleinen Teich schwimmen viele Fische. Und we don't have to change anything here. Einem und kleinen, because it's also der Teich. Der Teich. Okay. Und wie? Wie ist der See? Der See ist klein. Nein, der See ist nicht klein. Er ist tief. In einem tiefen See schwimmen viele Fische. Und tief, tiefen, kommt von tief und tief means deep. Und jetzt ist noch die Frage, was machen die Fische? Was machen die Fische? Sie schwimmen natürlich. Aber wir können auch sagen, sie leben dort. In einem kleinen See leben viele Fische. Sie leben dort. Okay. Jetzt lese ich noch einmal alle Sätze. In einem kleinen See schwimmen viele Fische. Auf einem kleinen See schwimmen viele Enten. In einem kleinen See schwimmen keine Fische. In einem kleinen See schwimmen viele Fische. In einem kleinen See schwimmen viele Fische. In einem kleinen See leben viele Fische. Das war der Satz der Woche. Okay. And if you want to study a little more with this sentence, please check out the tips in the description and also Instagram, where you can find more example sentences on those words. Okay. So. 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 So.